Natürlich ist es wichtig, dass eine Frau einen schönen Mann findet oder mindestens ihren Mann schön findet und der Mann findet seine Frau schön. Aber das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Das bedeutet, ein schöner Mann ohne Bart oder ein nicht schöner Mann mit Bart. Natürlich, der nicht Schöne mit Bart ist wichtiger als der Schöne ohne Bart. Deshalb, du musst sehen, wer... Erstmal guckst du eine Person an. Man macht so, ein Mann oder eine Frau will heiraten, der guckt die andere Person. Wenn ihm das gefällt, dann frag nach der Religion, nach dem Charakter. Wenn die Person dann guten Charakter hat und gute Religionsausübung, dann heiratet man wegen der Religion. Nicht mehr wegen Schönheit.